Mehr als 8 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland bei einem Stundenlohn von weniger als 14 Euro pro Stunde. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich betreibe den Kanal Eine gerechte Rente für alle Generationen. Sie kennen mich auch von meinem YouTube-Kanal Rentenbescheid24.de. Ja, was muss ich da lesen im Tagesspiegel vom 29.04.2024? Ich zeige es Ihnen mal. Prekäre Lage im Handel und in der Gastronomie. Über 8 Millionen Menschen verdienen weniger als 14 Euro pro Stunde. Mein Liebermann. Neue Zahlen zeigen, wie wenig Lohn viele Menschen erhalten. Der Mindestlohn, der mit 12,41 Euro jetzt angesetzt worden ist, ist viel zu gering. Und die SPD fordert jetzt eine Reform der zuständigen Kommission. Meine Damen und Herren, die SPD glaubt doch nicht allen Ernstes, dass sie mit den neoliberalen Kräften der FDP da was durchsetzen kann. Wenn es nach der FDP ginge, könnten wir in Deutschland froh sein, dass wir überhaupt noch Geld verdienen. Naja, also sei es drum. Ganz interessante Zahlen, die hier auf dem Tisch liegen. Aber Sie wissen ja, ich bin Rentenberater und Sozialrechtler mit Leib und Seele. Und mich interessiert natürlich eins, wie wirkt sich das rentenrechtlich aus? Ja, das Bundesarbeitsministerium hat festgestellt, dass 7,1 Millionen Menschen in Westdeutschland und 1,3 Millionen in Ostdeutschland weniger als die 14 Euro verdienen. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, da wurde das jetzt auch noch so ein bisschen aufgedröselt in verschiedene Dienstleistungsgewerbe, Kfz-Gewerbe, Gastgewerbe und, und, und. In verschiedene Branchen. Und das hat mich jetzt mal nicht interessiert, sondern ich wollte jetzt einfach mal wissen, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Was passiert jetzt in Sachen Rente? Ja, und da gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Ich will Ihnen das auch mal zeigen. Ich habe da eine Folie entwickelt dazu. Eine ganz einfache Geschichte, auch für Sie überschaubar. Und ich erläutere Ihnen das jetzt gleich mal. Und da fällt Ihnen eigentlich danach nichts mehr ein. Wenn Sie im Vergleich dazu sehen, dass ein Beamter oder eine Beamtin amtsunabhängig nach spätestens fünf Jahren Arbeit 2062 Euro mit Stand 1. März 2024 amtsunabhängigen Pensionsanspruch hat. Dann werden Sie jetzt gleich sehen, was das für eine Auswirkung hat, wenn jemand bei 14 Euro die Stunde arbeitet. Ja, gucken wir uns das mal an. Also, ich habe jetzt hier mal ausgerechnet, Rentenanwartschaft nach 35 Jahren Arbeit bei 14 Euro die Stunde. Ich bin davon ausgegangen, acht Stunden pro Tag mal 14 Euro, fünf Tage Woche. Und das habe ich mit 4,32 multipliziert. 4,32 ist nach meinem Kenntnisstand der Faktor für die Wochen pro Monat. Also wir haben nicht glatt immer vier Wochen, sondern es können auch ein paar Tage mehr sein. Und deswegen nehmen wir hier 4,32. Bei anderen Portalen habe ich gelesen mit 4,34, 4,35. Ich habe jetzt einfach 4,32 genommen. Also, dann komme ich auf ein Brutto-Monatseinkommen bei 14 Euro die Stunde in dieser Konstellation von 2.419,20 Euro. Brutto im Monat. Das Jahreseinkommen ergibt dann 2.419,20 Cent mal 12 ergibt 29.030,40 Euro. Jetzt habe ich mal hier raus die Entgeltpunkte berechnet. Ich habe also die 29.030,40 Euro geteilt durch 45.358 Euro. Jetzt werden Sie sich fragen, was ist das für ein Wert? Das ist das vorläufige Durchschnittsentgelt für einen Entgeltpunkt, also was im Jahr 2024 gilt. Also Sie müssen 45.358 Euro Brutto-Jahreseinkommen im Jahr 2024 haben, um einen Entgeltpunkt zu bekommen. Also habe ich das jetzt praktisch durch diesen Betrag geteilt und komme auf 0,6400 Entgeltpunkte. Ja, immer 4 Stellen hinter dem Komma. Und jetzt habe ich diese 0, also unser Arbeitnehmer, unsere Arbeitnehmerin, die ein Jahr da in diesem Bereich arbeitet, 14 Euro die Stunde, bekommt pro Jahr 0,6400 Entgeltpunkte gutgeschrieben dem Rentenkonto. Und daraus ergibt sich dann auf 35 Jahre hochgerechnet, ich habe jetzt auch noch den neuen Rentenwert, der zum 1.07.2024 gilt, einfach mal genommen 39,32 Euro, 880,77 Euro Monatsrente. Sie bekommen nach 35 Jahren Arbeit bei 14 Euro Stundenlohn, 14 Euro Stundenlohn. Ich hebe nur die Hand hoch, 880,77 Euro Brutto Monatsrente. Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen jetzt ganz provokant die Frage, ist das eine Rente, mit der Sie wirklich leben wollen? Ist das gerecht? Ist das sozial in einem solch reichen Land wie in Deutschland nach 35 Jahren Arbeit bei 14 Euro Stundenlohn? Ist das wirklich in Ordnung? Ich sage nein, das ist nicht in Ordnung, das ist entwürdigend, das ist asozial, das ist eigentlich nur noch schlimm, dass sowas möglich ist. Und deshalb sage ich ja auch, ich schließe mich der Forderung von einigen Sozialverbänden an, die sagen klipp und klar, 14 Euro Stundenlohn als Mindestlohn ist völlig indiskutabel. Selbst wenn ich das auf 40 Jahre hochrechne oder 45 Jahre hochrechne, ist das absolut lächerlich, dann kann ich ja gleich zum Sozialamt gehen und dort um Grundsicherung im Alter betteln. Also das soll es mal gewesen sein zu dem Thema, 14 Euro Stundenlohn, 8 Millionen Menschen verdienen weniger als 14 Euro Stundenlohn pro Stunde. Ich habe einfach mal gerechnet mit 14 Euro Stundenlohn, was das dann an Rente ausmacht nach 35 Jahren Arbeit. Das Ergebnis haben Sie vor sich liegen und dann können Sie selber sehen, was das dann für eine Lebensleistung ist und wie die dann auch gewürdigt wird, meine Damen und Herren. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf eine gerechte Rente für alle Generationen und selbstverständlich auch auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine wirklich angenehme Woche, Ihr Peter Knöppel.